Ab dem 15. März gibt es bei Aldi einen Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Canceling, also Geräuschunterdrückung. Wir haben den Praxistest gemacht und sagen euch, wie gut der Kopfhörer wirklich ist. Bluetooth-Kopfhörer werden ja immer beliebter und wenn man nicht gerade zu Bose oder zu Beats greifen möchte und den Gateport ein wenig schonen möchte, kann man auch zu günstigen Geräten greifen. Dazu gehört unter anderem der Medion P62055. Hinter diesem sperrigen Namen befindet sich ein Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Canceling, der gerade mal 60 Euro kosten soll und damit einer der günstigsten Bluetooth-Kopfhörer ist überhaupt. Wir schauen jetzt erstmal, was alles im Lieferumfang mit drin ist. Dazu gehört unter anderem diese recht robuste Ladeschale. Die ist zwar ein wenig klobig, aber super, wenn man sie halt in den Rucksack packen möchte. Dann ist natürlich auch noch mit dabei das Ladekabel, ein Klinkelkabel, wenn man das Ganze mal an das Smartphone anstecken möchte und der Akku leer ist oder eben einfach über Kabel mal hören möchte. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt, dieser Adapter hier, der sieht ein bisschen komisch aus. Der ist für den Flugzeuganschluss gedacht. Das heißt, im Flieger, in den Armlehnen hat man ja meistens besondere Anschlüsse und benötigt eben besondere Kopfhörer dafür. Und damit kann man das Ganze umgeben. Ich persönlich finde das sehr praktisch. Kommen wir aber nun zum Kopfhörer. Hier erstmal schauen wir uns die Bedienfelder an der Seite an. Da haben wir natürlich die Lautstärke und wenn man den Song weiter skippen möchte. Auf der anderen Seite haben wir den Einschalter für die aktive Geräuschunterdrückung. Das heißt, es sind Mikrofone im Kopfhörer drin, die den Schall von außen eben mit aufnehmen und dafür sorgen, dass man eben keine störenden Geräusche beim Musikgenuss hat. Kommen wir aber auf jeden Fall auch nochmal zum Klang. An sich ist der Klang recht gut, allerdings sind die Mitten sehr präsent und auch sehr dumpf leider. Und die Höhen und die Bässe, die können etwas kräftiger sein. Beim Tragekomfort gibt es auch noch einiges, was dort verbesserungswürdig ist. Gerade der Kopfbügel hier oben ist sehr störend nach einer Weile. Und der Kopfhörer ist mit 324 Gramm recht schwer. Also wer lange damit eben Musik hören möchte, für den kann das auf Dauer ein bisschen anstrengend sein. Außerdem drücken diese Seitenpolster ein wenig auf den Ohren. Der Kopfhörer hat an sich eine recht gute Akkuleistung mit 15,5 Stunden und benötigt gerade einmal 3 Stunden, damit er wieder aufgeladen wird. Also man kann wirklich sehr lange auch mit diesem Kopfhörer hören. Sonst an sich ist abschließend zu sagen, für 60 Euro bekommt man ein sehr gutes Paket. Leider ist beim Tragekomfort und natürlich auch bei der Klangqualität noch etwas Luft nach oben. Der Kopfhörer